Wer schläft länger? What? What do you mean I sleep longer? Ah, you of course sleep longer. Ich mach dir schon Frühstück, bevor du überhaupt aufstehst. Ja, aber jeden Tag, du bist im Bett mit Tom. Ah ja? Wann denn? Am Wochenende? Die Türe ist immer schlossen. Und du bist in deinem Zimmer schlafen. Und wer bringt dir die Bratkartoffeln morgens mit deinem Ei, wenn du aufstehst? Und wer macht die? Du? Aber du gehst auch früh ins Bett.